In einem bereits 2006 geführten Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung hatte die Staatsanwaltschaft das Wohnprojekt Schellingstraße 6 in Tübingen überwacht. Jetzt wurde bekannt, dass auch das Projekt Ludwigstraße 15 überwacht wurde. Beide Gebäude sind selbst verwaltete Wohnprojekte, in denen die Bewohner zum großen Teil dem linken politischen Spektrum zuzuordnen sind. Ende Juli des Jahres 2016 hatte die Polizei in einem Fall von Brandstiftung ermittelt. Aufgrund von verschiedenen Indizien hatten die Beamten vermutet, dass die Täter aus der linksautonomen Szene kämen. Deshalb bewachten sie die Wohnprojekte Schellingstraße 6 und Luh 15 mit einer Kamera. Der Landesdatenschutzbeauftragte hält diese Maßnahme für rechtswidrig, genau wie Moritz Tremmel, Bewohner der Schellingstraße. Und dass sie dann irgendwie so vermutet haben, könnte die linke Szene gewesen sein. Die linke Szene wohnt auch in linken Wohnprojekten. Und so haben sie sich quasi so einen hanebüchenden Vorwurf zusammengebastelt und uns dann angefangen zu überwachen. Die linksautonome Szene hatte die Brandstiftung in Tübingen als Vergeltungsschlag für einen Polizeieinsatz in einem Berliner Wohnprojekt betitelt. Die Polizei hatte dieses Berliner Wohnprojekt geräumt und unter anderem eine Pistole gefunden. Doch links und linksautonom sei noch immer ein Unterschied, so Moritz Tremmel. Außerdem rechtfertige politische Gesinnung, keine Überwachung. Wir sind ein linkes Wohnprojekt, wir verstehen uns auch links. Wir arbeiten auch daran, die Welt zu verbessern. Viele Menschen bei uns sind politisch aktiv. Das ist ja aber nicht so, dass man jetzt irgendwie, wenn jetzt irgendein Öko irgendwo irgendwas gemacht hat, dann kann man ja auch nicht alle Ökos in Tübingen überwachen. Oder wenn ein Konservativ irgendwas gemacht hat, kann man ja nicht anfangen, alle Konservativen zu überwachen. Laut einem Schreiben des Landesdatenschutzbeauftragten an die Bewohner der Schellingstraße seien die Aufnahmen nicht ausgewertet worden. Die Daten seien stets nach 24 Stunden wieder überschrieben worden. Deshalb sei die Notwendigkeit einer richterlichen Anordnung streitbar. Wir wissen nur, dass es auf jeden Fall eine sehr fragwürdige Praxis ist. Die Staatsanwaltschaft hat gegenüber dem Datenschutzbeauftragten auch angegeben, dass sie keinen richterlichen Bescheid oder eine richterliche Erlaubnis für eine so lange Überwachung hatten. Der Datenschutzbeauftragte hat das angeprangert. Die Staatsanwaltschaft hat versprochen, es nicht mehr zu tun. Aber eine Rüge wurde demnach nicht ausgesprochen. Von einem Nachbarn, so die Bewohner, hätten sie erfahren, dass die Polizei mit der Bitte, eine Kamera bei ihm aufstellen zu dürfen, auf ihn zugekommen wäre. Jetzt haben sie eine Meldestelle für heimliche Videoüberwachung eingerichtet. Das Ziel ist Transparenz.